Auch wenn ich hier sterbe, sterbe ich wieder mit meinen ganzen Pilzen. Ich kenne das irgendwoher. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja. Die setzen sich zusammen und denken sich, dieser Gate ist so wichtig, den wollen wir verarschen. Und denke ich, ach nein, wie böse. Warum bin ich auch so bekannt und der beste Let's Player auf ganz YouTube? Alle hassen mich. Aber das ist halt der Preis, den man macht, indem man so viele Fans hat. Und dann hat man nur blöde Fans. Peinliche Fans. Die Crème de la Crème des Abschaums der Menschen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hier ist gar nichts. Ja, hier ist einer gestorben. Geil, geil, geil. Und ich habe eine Schüssel. Okay, okay, okay. Leute, wir machen uns jetzt Pilzsuppe. Danke für deinen Tod, Jesus. Dass du für mich gestorben bist. Und ich habe ein Holzschwert und ich habe Hosen. Oh mein Gott. Ich kann jetzt das erstmal hier essen. Das bringt aber nicht so viel. Aber ich habe genug Suppen. Also es ist nicht so schlimm. Ich habe Suppen. Ich überlebe. Was ist, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe? Werfen? Na, ist egal. So. Yay. Fuck yay. Ne, ich will jetzt mal ganz kurz nachgucken, was passiert, wenn ich so wieder rausgehe. Dann schmeiße ich sie weg. Natürlich. Macht total Sinn. Oh, oh, oh. Das war eine Falle. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich da nicht raufgegangen bin. Ich habe ein fucking Schwert. Ich habe ein Schwert. Der Tod anderer ist mein Glück. Ich hoffe, es hat alles aufgenommen jetzt. Ist ja immer so ein Problem mit mir und der Aufnahme von Minecraft, wenn ich gerade am Skypen war. Ja, ja, ja. Deshalb mache ich immer alles aus, wenn ich spiele. Deshalb sieht mich auch keiner bei Steam. Weil ich immer alles ausmache, damit ich nicht... Oh, oh. Die Musik kommt jetzt. Das ist total passend. Nur noch zehn übrig. Oh mein Gott. Wer ist da gestorben, frage ich mich. Da müsst ihr wohl die anderen gucken, um das rauszufinden. Oder er hätte da wohl auch nicht lesen sollen. Aber, ähm... Oh, das ist ja vorher jetzt voll das Videospiel. Mit der Musik im Hintergrund und dem Schwert und so. Das ist ja voll überhaupt nicht mehr echt, wie Minecraft eigentlich ist. Der Mond geht unter. Das kann nur bedeuten... Die Sonne geht auf. Sonne geht unter. Na, wer kennt das? Wer das kennt, ist auf jeden Fall nicht zwölf. Äh, jetzt spoilern die wieder alles. Man muss eigentlich nur finden... Oh, geil. Ich bin Aasfresser. Ja, so kann man auch überleben. Aber jetzt wäre es trotzdem gut. Ich meine, ich werde nicht verhungern. Zum Glück. Aber... Ich kann jederzeit irgendwo runterfallen und sterben. Also... Man brennt viel zu lange in Minecraft. Ja, das stimmt. Ja, deshalb ist es ja ein Instant Death. Ist da oben... Ach, das wäre doch mal geil. Hier jetzt ist da so ein Gesicht oder so. Wie heißen die? Ähm... Mount Rushmore, genau. Das wäre es doch. Da, da. Ich habe eine Truhe gefunden. Aber ich glaube, die habe ich... Die hat schon jemand. Nein. Oh mein Gott. Ich habe einen goldenen Apfel. Und noch eine Schüssel. Und eine Melone. Und einen Stock. Und die Stöcke bringen mir aber nichts. Ähm... Die Setzlinge können mal weg. Die Samen können weg. Die Feder kann weg. Das heißt, der goldene Apfel kommt da hin. Ähm... Meine... Äh... Nachbarn sind mal wieder am... Durchdrehen. Oh, warte. So... Kann man die stocken? Nein. Ist nicht so schlimm. Ähm... Puh. Okay. Ich habe Essen. Jetzt brauche ich Rüstung. Ich habe zwar ein bisschen Rüstung. Aber... Eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Ich brauche überhaupt keinen Pilz mehr. Weil ich habe ja genug Essen. Pum, 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 pum. Ja. Das ist auch immer so. Leute können nur angeben. Wenn sie alles haben. Und dann werden sie nichts mehr haben. Dann... Nein, bitte tu mir nichts. Ich bin doch so arm dran. Hä? Wie kommen wir da hin? Ist egal. Äh... Alle leften the game. Wenn sie sterben. Äh... Da ist doch bestimmt irgendwas. Ist egal. Da war ja auch was. Nämlich eine Truhe. Oh mein Gott. Ich habe eine Truhe gefunden. Die vorher noch keiner gefunden hat. Das heißt, ich bin nicht nur Arsfresser. Ich bin so glücklich. Oh, ich bin so glücklich. Oh, gib mir. Gib mir. Ich brauche aber noch ein paar andere. Und ich muss jetzt langsam mal gucken, wenn wir in die Mitte kommen. Da, 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 da. Bäm. Oh, wie hübsch. Lass uns ein bisschen genießen. Soll ich hier runter? Ob da wohl irgendwas ist? Ah, ich muss es ja ausprobieren sonst. Ach, dammit. Ach, dammit. Da hinten. Sieht auf jeden Fall eher nach... Äh... Nein. Ah, ha, 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 ha. Au, 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 au. Aber zum Glück heile ich mich. Weil ich Essen habe. Ach, ich finde das immer so toll. Ich hätte das mal gebrauchen können. Oh, wusste ich daraus. Ähm, als ich, äh, so Rückenschmerzen hatte. Ich habe einen Eisenbarren. Und noch eine Schüssel. Und einen Keks. Ich habe so viel. Kann ich irgendwas hiermit machen mit einem Eisenbarren? Ich glaube, ein Schwert oder so. Aber ich habe ja ein Steinschwert. Aber ich kann ein Eisenschwert mit den beiden Sachen machen. Dafür brauche ich jetzt nur einen, äh, äh, wie heißt das nochmal? Hier so eine, so eine Dingenskirchen. Genauso heißt das. Dingenskirchen. I am so klug. Einen Keks esse ich gleich. Gehe ich da mal rüber. Oder soll ich da mal rüber? Ja. Komm, wir gehen da mal rüber. Ich bin ganz alleine. Und das ist auch gut so. Tötet euch gegenseitig. Macht euch schwach. Yeah, yeah, yeah. Damit ich nicht sterbe. Zombie wird schon wieder gefragt, wie er eigentlich gestorben ist. Oder ist das ein Déjà-vu? Was ist das? Warum war da so eine komische Musik? Ich habe Angst. Jetzt alle, die Minecraft so richtig gut kennen und immer Updates haben und sowas wissen das jetzt. Jetzt, ich weiß das nicht. Das war irgendwie eine unheimliche Musik. Ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe da weiter auch nicht reingehen, weil, ähm, vielleicht ist das irgendwas Besonderes. Könnt ihr mir sagen. Aber ich will mein Glück jetzt nicht zu sehr ausreizen. Eigentlich könnte man so machen und dann, äh, weiß ich ja nicht. Man könnte ja so machen. Entweder man macht, dass die Leute Angst vor einem haben und hält das Schwert in der Hand, damit sie dir nicht nahe kommen. Oder du, äh, zeigst das Schwert nicht. Was macht der goldene Apfel? Ich glaube, alles heilen, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Hallo. Ich werde dich nicht töten, weil ich eh nicht weiß, was es genau bringt. Ein schwarzes Schaf. Oh, ich fühle so mit dir. Und da oben ist eine Brücke. Ich darf jetzt nicht zoomen, aber da oben ist eine Brücke. Und das finde ich cool. Endlich mal ein bisschen. Aber ich mag die total gerne, die Map. Also, die solltest du mir öffentlich geben. Oh, ein Loch. Hier war wohl so ein super, mega Ultima-Strahl von, äh, von... Oh, oh. Eine Falle. Von, von Ultima. Ja. Ultima-Weapon-Eight. Bam. Wo sind wir denn hier? Da war eine Falle. Da war eine böse, böse Falle. Aber zum Glück nicht zu unauffällig. Also, dass selbst so ein Idiot wie ich, so ein nicht aufmerksamer Idiot, ist ja so, äh, das auch mitbekommen kann. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch. Und die schreiben wieder über Sachen, weil alles immer Probleme macht. Ruinen. Ruinen und Wasserfall. Ich habe immer, ich habe einmal probiert, damals als Creative-Modus, das kommt da oben, da würde ich gerne hinzoomen jetzt. Da ist ein Schaf, guckt mich an. Hä, hä. Fall runter. Ähm. Da, äh, 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 was wollte ich sagen? Genau, ich wollte mal ein, bei Creative-Modus wollte ich mal ein Wasserfall machen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Das sah dann nachher total scheiße aus. Dann habe ich überall, trotz überall Wasser hingemacht. Und dann war es nachher so ein Turm aus Wasser. Total bescheuert. Oh, 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 da, oh, da ist einer. Oh, oh. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ist da eine Truhe? Oder eine Werkbank oder so? Oh, er will mich nicht. Hm, 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 hm. Wer ist das da oben? Wer lebt noch? Ich könnte nachgucken, aber das wäre zu langweilig. Ich weiß ja jetzt, wie man nachguckt kann, wer noch lebt. Wenn das denn hier auch ist, wie, wie auf den normalen Maps. Äh, bei den öffentlichen Maps meine ich, Entschuldigung, nicht normal. Ist das ein Schwein? Tja, Schwein, dann wirst du jetzt mein Holzschwert spüren müssen. Einfach nur, äh, damit alle sehen, dass ich noch mehr Fleisch bei mir hatte. Jetzt habe ich es umsonst getötet. Das ist, wisst ihr, das ist so, das ist so, als ob man hier, äh, nach Polen geht und so ein Straßenkind tötet und dann hat es kein Geld bei sich. So fühlt man sich dann. Ha, ha, ha. Wenigstens bei Nutten weiß man, sie haben meistens Geld dabei. So. Aber die Kinder, die gehen immer und holen sich dann mit Essen oder so. So ein Scheiß. Ich hab so viel Pilze und bin immer noch nicht hungrig. Äh, 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 das Spiel macht Spaß, wenn man mal was findet. Hallo, Schaf. Ah. Es hat plötzlich gefressen. Ich werde nie wieder in Höhlen reingehen. Bei den öffentlichen, äh, äh, Maps komme ich immer in irgendwelche Höhlen, die nicht fertig sind. Und dann... Oh, ne Kuh. Ne Kuh bringt aber, glaub ich, nichts zu essen. Ah, da ist ne Mine. Da geh ich jetzt rein. War ich hier nicht? Fing ich hier nicht an? Schließt sich der Kreis? What the fuck? Sollen wir mal in die Mitte gehen? Aber ich hab nicht wirklich, äh, gute Sachen. Hallo. Ich bin... Ich geh in die Mitte. Ich geh in die Mitte. Bei einem Hunger-Game. Ss. Ein Hunger-Game. Geh... Geh... Games. Okay. Ah, hier ist ja gar nichts. Ich steh in der Mitte. Ich steh in der Mitte. Ihr nicht, ihr nicht, ihr nicht. Ich trau mich das auch nur, weil ihr nicht da seid. Okay. Okay, von da kommen wir, ne? Ene Minimu und raus bist mir schwindelig. Wir gehen... Da hin. Uh, das Block LP. Es gibt so viele LP... LP'ler... LP'ler? Auf YouTube. Uiuiuiuiui. Ist mir aufgefallen. Aber man muss immer natürlich gucken, äh, was für eine Art und so. Ne, das ist ja auch wichtig. Ist mir bloß aufgefallen immer so in dem Boy. Da kann man gar nicht dazu, alle zu gucken. Aber ich denke mal, das ist aber das Gute. Viele sagen immer, äh, zu viele. Aber das ist so wie im Laden. Mehr Ausfall. Mehr, mehr für Leute, die das, die Norm nicht mögen. Wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, ich mag aber nicht schon wieder einen Shooter, obwohl die Shooter ganz gut gemacht sind. Dann, äh, kann und sagt, irgendwie, ich hab lieber Lust auf ein altes oder sowas. Dann gibt's welche, die spielen Retro. Und sowas ist doch super. Aber hier, warte mal, hier war ich auch schon. Das war ja eben jetzt. Dann bin ich also einmal rumgelaufen. Ja, mäh, mäh, ihr Schafe. So, bei mir bugt gar nichts. Bei mir bugt die Welt nicht. Ich hab voll Glück gehabt. Endlich mal. Oh, nach all den Jahren, wo alle immer alles bekommen haben, bloß ich nicht. Also jetzt nicht hier in Minecraft, sondern überhaupt. Und jetzt plötzlich geht bei mir die, ich hab ne gute FPS für meinen Computer. Habe ich sogar 40. Das ist das Standard-Pack, ich weiß. Aber trotzdem, hätte ich jetzt hier ein anderes Texte-Text-Text-Text-Text-Pack. Wär das anders. Aber, das ist schon mal cool. Ähm, äh, äh, war ich hier hoch? Ich weiß nicht. Und jetzt habe ich mal keine Probleme. Das freut mich. Ich hüpfe, oh, 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 oh. ein keks für geld i like kekse kommt davon welche ich mag ich mag sie müssen knusprig sein dürfen aber nicht trocken sein das ist wichtig ich komme hier nicht hoch ich komme hier nicht hoch aber aber dafür kann ich auch nicht wirklich fallen sind das äpfel da ne pilze oder blumen blumen im baum da gehe ich noch mal in die mitte ich sehe ein einer fliegt ich hoffe ich gelte jetzt nicht als camper weil ich irgendwie nichts mache sondern nur rumlaufen suche aber das ist jetzt nicht so gemeint oh nein ich habe schon wieder kein essen ich muss gleich eine suppe essen wenn ich jetzt wüsste was die alle bringen die einzelnen sachen aber eine suppe kann ich mir leicht nachmachen das heißt eine suppe nein so hoffentlich werde ich jetzt nicht getötet oder so von hinten das wäre nicht nett ich brauche eine werkbank werkbank war das hoffentlich nimmt es auf bitte lass es aufnehmen ach so er fliegt aber ich dachte jetzt sterbe ich dachte ich sterbe jetzt das ist kein schönes gefühl blumen ja